So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich. Zum guten Morgen Börse, heute gemeinsam mit DXTB hier. Es ist Dienstag, der 1. August 2023 und wir wollen uns heute einen Blick gönnen auf die Uber Earnings, auf die wir einen Blick werfen wollen. Price Action im DAX, auch im Nasdaq, auch im S&P nicht sonderlich interessant. Ehrlich gesagt hat so eine leicht hoppische Tendenz, vielleicht machen wir mal kurz einen Blick auf den DAX, der so eine Tendenz hat, seine bärische Divergenz auszubilden, die, naja, ich sag mal im Gesamtkontext mit der niedrigen Volatilität eher dafür sorgen dürfte, dass wir so eine leichte Top-Out-Abwärts-Drift-Tendenz eventuell ausbilden. Das ist tradingtechnisch nicht sonderlich interessant. Deswegen wollen wir uns auf die Kirschen, in Anführungsstrichen, konzentrieren. Und Uber könnte da durchaus ein Kandidat sein, weil auch sehr, sehr stark gelaufen auf die letzten Earnings von vor drei Monaten. Ein bisschen überdehnt nach oben anmutend, aber aus tradingtechnischer Sicht definitiv durchaus interessant. Und bevor wir ganz offiziell starten wollen, natürlich wie gewohnt der Blick auf den Risikohinweis und dann schauen wir ganz offiziell in die Charts. Also Divisum und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor wir mit dem Handel beginnen, sollten wir bitte vorher unser Risikofil erstellen oder von einem unabhängigen Finanzberater erstellen lassen. Und dann kostenlos auf xdb.com.de eine Demo herunterladen. Schauen, ob das Risikofil, was wir für uns erstellt haben oder erstellen haben lassen, mit dem Risikofil von FX-CFD-Produkten korrespondiert. Sofern wir das mit Jahren beantworten können, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, beziehungsweise auch ganz besonders der vollständige Risikofilie auf xdb.com.de. Nutzt darüber hinaus gerne die Möglichkeit, einmal xdb und deren Kundensupport mit Fragen entsprechend zu kontaktieren, falls ihr diese haben solltet. In eigener Sache, das, was ich hier jetzt präsentiere, sind meine Gedanken. Das, was ich hier jetzt präsentiere, sind meine Gameplans im übertragenen Sinne. Es ist aber keine Anlageempfehlung. Bitte das nicht als solche missverstehen. Ganz im Gegenteil, das, was wir hier machen, ist rein edukativ, rein informativ und das entsprechend bitte bei jeglichen Entscheidungen, die ihr fußend vielleicht auf diesem Event trefft, dann berücksichtigen. Dann xdb als bester CFD-Broker des Jahres 2023 ausgezeichnet. Was dazu geführt haben könnte, das findet ihr hier in der Mitte einmal aufgelistet. Habt ihr euch bereits einen Blick verschaffen können über xdb als Broker, würde sich xdb sehr freuen, wenn ihr bei der Brokervergleich-Wahl beim Online-Broker 2023 einmal für xdb abstimmen würdet. Dazu einmal den QR-Code scannen oder die URL hier einmal eintippen und eventuell tolle Preise, die der Brokervergleich hier verlost, gewinnen. Und ja, dann wollen wir einen Blick werfen in die x-Station und einen Blick werfen eben auf den Uber-Chart. Und ich habe ihn recht clean gehalten an dieser Stelle, habe ein kleines Problem, so möchte ich es mal an der Stelle formulieren, habe ein kleines Problem, weil die Darstellung hier im Keltner-Kanal, die ist nicht so schön individuell einstellbar, wie ich das gerne für mich nutze. Was ich damit meine, ganz kurz vielleicht zur Erklärung, was ich mache im Falle eines Keltner-Kanals. Ich gucke mir hier einen gleitenden Durchschnitt an, in dem Fall ist es jetzt der EMA5 und dann wird abhängig von der Schwankungsbreite im Markt, also der ATR, wird ein Kanal um den Chart gelegt. Also wenn man so möchte, haben wir den EMA5 und dann wird eben entsprechend zum Beispiel im Abstand von 4, 5 ATRs, wird auf der Oberseite ein Kursziel festgelegt, wenn die ATR 1,30$ ist, 5 ATR sind 6,50$. Gucken wir also an, wo ist der EMA50, 6,50$ obendrauf, das ist die obere Kanalbegrenzung, abzüglich 6,50$, untere Kanalbegrenzung. So, und das, was ich jetzt hier meine, ist, wir haben wie gesagt diese Darstellung mit dem EMA, aber wir haben eben in dem Fall hier nur die Möglichkeit, das über die Periode einzustellen, aber eben nicht die ATR-Weite. Und das ist etwas, das habe ich dann hier mal über TradingView eingefangen, da gibt es einen individuellen Indikator, der es extra dafür im übertragenen Sinne programmiert, der dann eben das ermöglicht. Und was wir hier erkennen können, ist in blau einmal den EMA50, also den exponentiell geglätteten, gleitenden Durchschnitt, auf 50 Tage zurückgehend. Und ich habe dann hier oben einmal, beziehungsweise da unten diesen Kanal, den wir drum gelegt haben, eine fünffache ATR. Also, wie gerade gesagt, wir haben den EMA, der ist hier bei ungefähr 43$, entschuldigung, doch, ziemlich genau, ja, 43$. Dann haben wir eine ATR, die ist bei 1,37$, glaube ich, aktuell für die letzten 22 Handelstage, 1,37$, aufgerundet 1,40$, das mal 5 multipliziert, sind wir bei 7$. Also landen wir bei 43 plus 7$ bei ungefähr 50$ und zack, da oben haben wir ungefähr die Kanalbegrenzung, beziehungsweise da unten eben entsprechend. So, was ich jetzt da mache, oder beziehungsweise was offensichtlich ist, ja, wir stoßen oben an die Kanalbegrenzung an. Wir haben, und damit wollen wir dann auch zurückgehen in die X-Station hier an dieser Stelle, wir haben hier an dieser Stelle also offensichtlich einen etwas, in Anführungsstrichen, heiß gelaufenen Modus, so würde ich das formulieren. Also es ist immer wichtig zu quantifizieren oder genauestens zu definieren, was ist eigentlich weit gelaufen oder was ist denn weit gelaufen auf der Ober- und Unterseite. Und ich nutze da eben den Keltnerkanal, beziehungsweise die Abhängigkeit von der Average True Range, um das eben genauestens dann auch darlegen zu können, um eine Möglichkeit zu haben, auch in Zukunft genauestens sagen zu können, ja, ist weit gelaufen nach diesen und jenen Kriterien und ausgehend davon habe ich eben mein Trading Setup. So, und jetzt erkennen wir, auf die letzten Earnings, die ziemlich stark waren von Uber, hatten wir einen Gap Up und hatten dann auch ein Follow-Through zu sehen bekommen. Also sie sind kontinuierlich weiter gelaufen und haben, und das nochmal ganz kurz zurück auf den Chart gehend, vielleicht hat der eine oder andere sich jetzt gerade gefragt, was ist denn das da für eine violettfarbene Linie, das ist der auf diese Earnings, auf diese Quartalszahlen geankerte, volumengewichtete Durchschnittspreis, also das ist der seitdem vom Markt durchschnittlich bezahlte Preis, ganz objektiv, also das heißt, ich habe jetzt keine, kein fancy Überlegung oder sonst dergleichen oder irgendwas, ein Hokus-Pokus, sondern das ist rein objektiv, einfach nur der bezahlte Preis von diesen letzten Earnings. Und der läuft ungefähr hier bei 41, also das bedeutet, anders formuliert, wir laufen 20% rund eben 8$ von 40 ausgehend oberhalb des aktuellen Kursniveaus, stoßen an das obere Keltner-Kanal-Band, so wie ich es für mich definiere, an. Wir können darüber hinausgehen, diesen Aufwärts-Trenn-Kanal einziehen, auch da stoßen wir an das obere Band an. Jetzt haben wir eine Konstellation, wir sehen also die Earnings, die waren stark, starke Guidance, aber wir haben eben schon viel Vorschlusslorbein, die wir mitnehmen. Also das bedeutet, die Gefahr eines sogenannten Buy the Rumor, Sell the News in Uber ist meiner Einschätzung nach aktiv gegeben, akut gegeben. Und das bedeutet also, dass wir hier ein bisschen auf der Hut sein sollten, wenn die heute Earnings rausgeben und wenn die stärker als erwartet reinkommen. Ist das also durchaus denkbar, dass die überzeugen erneut, wie auch immer geartet, sich dann die Kernkomponenten eben darstellen, der Umsatzausblick für das nächste Quartal beispielsweise, der Revenue für die Rider, also Uber ist ja nichts anderes als ein Dienstleister, der als Alternative zu Taxis eben fungiert, wie der ein oder andere wissen wird. Es kann durchaus sein, dass wir einen Gap auf der Oberseite nochmal zu sehen bekommen, aber dass eben dann das in übertragenen Sinne eine Art Erschöpfungs-Gap ist. Auf, in dem Fall, wir müssen den Chart wirklich stark zusammenstrauchen, in dem Fall neue 52-Wochen-Hoes. Also in dem Fall, hier sehen wir das letzte Mal, dass wir in den aktuellen Gefilden gehandelt haben. Und Gap ab wäre dann ja nochmal ein Stück weit drüber. Also das letzte Mal, dass wir hier gehandelt haben, das war ziemlich genau zur selben Zeit im Juli 2021, also vor zwei Jahren sogar. Wir wissen um dieses aktuell interessant auftretende Phänomen bei Earnings, auch wenn wir dann weitere Stärke gesehen haben, aber JP Morgan zum Beispiel, Delta Airlines, wir hatten Alphabet zum Beispiel mit 59-Wochen-Hoes, wir hatten einen Meta mit 59-Wochen-Hoes. Und wir haben am ersten Tag, also in den Folgetagen weitere Aufschläge gesehen, dann ja, aber am ersten Tag, nach dem initialen Gap ab, hat es einen Rücksetzer gegeben. Und das wäre ein Szenario in der Gesamtkonstellation, denke ich, was für Uber ganz interessant ist, weil wir eben diese unglaubliche, diesen Optimismus schon eingepreist sehen. Also das heißt, die Luft nach oben wird meiner Einschätzung nach für überdünner, die Aktie definitiv einen Blick wert, mal für ein mögliches Play auf der Unterseite. Die Frage, die sie natürlich stellt ist, und das will ich einmal hier zeigen, ich habe das schon mal ein bisschen vor, in Anführungsstrichen, geschmiert. Also ich hoffe, dass das nicht zu verschreckend ist jetzt an der Stelle, aber was ich sehen wollte, ich würde nicht einfach reinschorten logischerweise, sondern die Price Action müsste das natürlich bestätigen. Aber in dem Fall ist es so, ich habe hier mal mit dem D den Daily gekennzeichnet, so sieht es auf Tagesbasis aus. Und jetzt habe ich mit diesem roten Punkt einfach mal gesagt, gehen wir mal rein hypothetisch davon aus, wir sehen einen Gap, 50 Dollar ungefähr. Dann möchte ich aus der Stelle, ausgehend von der gerade formulierten These, eher einen Pull-In zu sehen bekommen. Oder gehe davon aus, dass wir eher einen Rücksetzer sehen sollten. Und dann gehe ich auf die 5-Minuten-Ebene zum Beispiel runter, gucke mir auch die Vorbörse logischerweise an. Hier ist der rote Punkt, das ist die 50-Dollar-Marke. Und dann sehen wir eben vielleicht, bleibt davon ab, wie gesagt, das ist ein Stoch an dem Trüben, wir wissen nicht, ob es so ist, aber dass man einfach schon mal ein Szenario visualisiert hat. Wir sehen einfach ein Konsolidieren gegen die 50, leicht topische Bildung, wir schaffen es nicht, die rauszunehmen, rollen dann leicht über und sehen zur Eröffnung eben hier einen Drive auf der Unterseite. Also das heißt, setzen dann ein, also beziehungsweise kommen eben runter. Man sieht hier auch die violettfarbene Linie, beziehungsweise dann hier diese orangefarbene Linie, das sind meine volumengewichteten Durchschnittspreise. Damit will ich kennzeichnen, die halten drunter. Also die Bären haben dann die Kontrolle. Das wäre ein Szenario, das muss sich erstmal herauskristallisieren, so muss es erstmal kommen. Aber sollten wir so ein Muster auf den untergeordneten Zeitebenen erkennen, denke ich, ist hier in dem Fall durchaus Uber ein möglicher Kandidat für einen Shortplay. Ich gehe jetzt mal hier auf die 5-Minuten-Basis. Das wäre zum Beispiel ja so eine topische Struktur. Wenn wir sowas ausmachen können und dann anfangen überzurollen und Abgabedruck zu sehen, denke ich, ist Uber eine potenzielle Aktie, die von Interesse ist für ein mögliches Shortplay. Wenn auch nur ganz kurzfristig. Ich denke, Uber hat weiter einen recht starken Ausblick. Aber in Summe ist es auf jeden Fall so, es scheint ein bisschen weit gelaufen zu sein. Vielleicht für ein Pulling ganz interessant. Hoffentlich könnt ihr was für euer Trading draus mitnehmen. Happy Trading! Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.